Also ist das hier der Empfangstyp? Das sind die ganzen Typen, die komisch gucken. Leute, die sich so anmelden. Schätze ich mal, die hier im Leben waren. Die ihnen waren. ETC. Anlage, die sind die Begräufe? Ich bin de Milla. Ich bin de Milla. Was ist die Message von Hunter? Also haben wir unsere Mission erfüllt? Wir sind bei Milla. Ich bin de Milla. Ich bin de Milla. Ich bin de Milla. Ich bin de Milla. Sie war ein tolles Thema. Ich bin de Milla. Ich bin de Milla. Ich bin de Milla. das ist das das ist die 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 der die die anscheinend ist auch hier ein bedeutender Mann wenn hier eigentlich wenn wir hier alle schon kommandierender um und 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 Wir haben einen ganz schön coolen Helm auch. Der Problem ist, dass die Missiles aus dem Kommand Center sind, D6, aber wir wissen nicht, wo das ist, oder ob es eine Operation ist. Aber wir wissen, wo diese Informationen werden können. Es ist ein riesiger Library auf der Ebene. Es ist ein gefährliches Ort, aber es hat einen secreten Militär Archiv. Wir müssen dort gehen. Okay, wir werden jetzt um die Tension zu verhindern. Du gehst von hier, ich habe das bereits vorbereitet. Wenn du deinen Weg zu der Library entrance gemacht hast, werde ich da für dich warten. Okay? Hey, Archum. Sei vorsichtig. Ah, noch etwas. Wenn wir zurück gehen, gehen wir direkt nach Sparta Base. Meine Rangers werden uns dort treffen. Okay, also die Leute wollen nicht unserer Station helfen. Aber Milias Plan gab mir Hoffnung. Mal mehr schaubte ich nach Moskau, um das Geheimnis von D6 zu suchen und eine Weg, um die Horde von Missiles zu wachsen. Also das ist jetzt unser Ziel, zu diesem Turm zu gehen. Was uns halt in der Türke gesagt hat. Die Jacketen zu feuern und damit die Schwarzen, also die Monster, auszulöschen. Okay. Dann. Waren wir mal hier. Wie viel Munition? Kaum Munition. Ähm. Aber mit wie vieles Geld. Ah. Ja. 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 Auf. Nein. Weiß nicht. 엽. Reck. Nein. Nein. Das ist das Wasser ist. So sieht. Das ist das hier. Das ist da gar nicht sein können. Sonst. Oh. No. 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 weg okay wir müssen also weiter was ist das war das eigentlich wird für mich der alle sicherlich ist ein bisschen ist das sie ich das ist wahr als möglich und Augen wie den dieser Schausch Wachow und ich habe in den Städten worten das ist das effektivste das ist ein Overkill Wachow habe ich dort verfehlt Wachow Ich habe erstmal instant getroffen und dann Gehen sterben Wappenbastard Wachow so Schätzungsgebiet Wachow 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 musste ich verstehe Worte Langegutarna Sw viel was geschrieben steht was ich lesen kann zwischen die auf deutsch auf englisch auf irgendwas und dann sterbe ich ins nicht schreifen ist bestimmt was ja okay ich habe es einfach dann unten schon zurück das ist nur durchziehen und wenn ich vorhin warte dann und er hat mit Ich glaube, da möchte ich manchmal befunkeln damit. Mich anzubringen, wenn sie mit mir reden. Hier. Hier. Wir können es durch die Hauptfläche reden. Alles klar? Alles klar. Let's go. Ja, let's go. Möge er mir die Tür aufmachen. Das heißt, wir gehen jetzt in die Bücherrei und gucken nach Sachen. Oder machen wir das. Aha, okay. Also, ist da irgendetwas denn, was wir suchen? Was ich nicht weiß, was es ist, weil ich werde nicht aufgefasst haben. Hier ist eine Tür, die wir nicht ohne irgendeine Katz hin öffnen können. Oder durch ein Skript. Ah, du? Es scheint zu sein. Guys! Eine Flog von Beeren kamen zu sehen! Oh. Okay, okay. Ah, die ist nicht verschlossen, Leute. Ja. Schön. Was ein Arschwecker. Wer auch immer die Tür zugemacht hat. Oh. Oh. Okay. Vielen Dank.